Anlässlich des 73. Geburtstages der verstorbenen Rosi Mittermeer teilt ihre Tochter Amelie ein rührendes Foto auf Instagram. Rosi Mittermeer, eine Skilegende, verstarb im Alter von 72 Jahren und ihre Familie, darunter Christian Neureuter, 74, und ihre Kinder Felix Neureuter, 39, und Amelie Neureuter, 42, vermisst sie zutiefst. Das Bild zeigt eine glückliche Rosi, wie sie inmitten der unberührten Natur und dem idyllischen Bergpanorama liegt. Amelie kommentiert das Foto mit den Worten »Auf dich« und fügt einen roten Ballon hinzu, um ihre Liebe und Erinnerungen zu symbolisieren. Der erste Geburtstag ohne ihre geliebte Mutter ist eine emotionale Herausforderung für die Familie, aber sie denken eng an sie und feiern sie in ihren Herzen. Das Bild ist ein berührender Ausdruck der Zuneigung und des Gedenkens an eine bemerkenswerte Frau und Mutter.